ARD Text im Auftrag von Funk Meine Statistik sagt mir, dass du mit 80%iger Sicherheit hier wieder auftauchst. Du hast doch gesagt, du sollst mich nicht abholen. Wieso gehörst du zu den 20%, die ich nicht mehr sehe? Wir sehen uns garantiert nicht wieder. Alter, mach doch die Tür zu beim Kacken! Willst du mal anfassen? Was? Voll an die Titten gegrabt, Bruder! Du warst als einziger mich im Knast besucht und du hast mir immer einen Rücken gestellt. Deswegen bist du mein einziger Problem. Kämpf, Mann! Komm, schieße! Hey, hey! Hast du ihn da gefasst? Schill doch mal, Mann! Ich dachte, wir machen hier Rap oder so. Gangster! Wir hätten uns sowas Langeweile kontrollieren, das zulassen. Ich respektier das doch, Mann! Du respektierst das? Sind sie die Mutter von Tommy Weber? In meiner Wohnung werden keine Drohnen mehr versteckt. Ich hab viel mehr Scheiße gebaut und ich bin auch in der Kanacke. Und die ratzen bei dir? Irgendeiner hat sich verraten, Mann. Wie geht's dir? Keine Gefühle mehr hier und hier. Der andere hat dich einen Verräter genannt. Wie bitte? Jemand hat mich verraten. 70% von denen, die hier sitzen tun es. Hast du in 6 Monaten knappst keine Gedanken gemacht? Mann, ich will keinen Scheißgangster zum Freund. Ich dachte, du rüsst mich an. Sorry, ja, ich vergesse. Was ist der Motherfucker? Go and then tell him that! Entweder du lässt die verfickten Finger von dich, dass sie ihn auf Bord tut und du steigst gar nicht allein, du Fixer! Hast du verstanden? Hey, schreib dich, Schalter! Mach das doch nicht ernst. Ich lieb dich. Scheiße. Kann ich's zurücknehmen? Urhebosch! Scheiß auf unser Plan, oder was? Das ist dein Koks-Fuckerplan! Du hast uns verraten, du Fixer! Du hast uns verraten! Komm, nimm dir schon mal mich, lass dich! Geh nicht da! Sag mich doch, Mann! Schlaf hier, hier, seit sie mich lang. Komm! Komm, nimm dir! Komm, nimm dir! Alles ist so wunderbar klar, denn ich steh hier und bin wieder bei mir! Ich bin wieder bei mir! Alter, ich halt mich einfach verhandeln von diesen Fuck-Ups. Verstehst du, was ich meine? Kannst machen, was du willst. Mir kackegal. Aggressionsproblem. Was ist los mit dir, Alter?